Soll ich dir meine neueste Irgendwannschaft zeigen, Ghost? Jo. Willst du es wirklich sehen? Ja, ja. Oh my god. Ja, dann würde ich mal sagen und damit herzlich willkommen zu einer nächtlichen Runde GTA. Ja, ich zieh mich wieder an. Leute, lass mal Helm kaufen gehen. Okay. Uh, die Crew ist am Start. Die Crew ist am Cruisen, man. Wo ist ich? Ghost? Jetzt kommt der Turbo. Ja, wahrscheinlich der Turbo am Start, Alter. Boah, Leute, ich fahr jetzt mal ganz kurz zum Friseur und mach dieses hässliche Ding, was ich da auf dem Kopf habe, wieder weg. Ja. Totenkack! Die töten mich, die töten mich! Nein! Ich will Zeitstatt sie empfohlen, dass ich meine Rolle nicht probieren kann. Okay, gut. Wieso überhaupt? Wollen wir erst einen Helm kaufen, oder? Ja. Hilfe! Alles klar. Ey, wieso liegen hier Leute tot einfach am Friseur? Soll ich dich mitnehmen? Ja. Ich bin geradeaus, geradeaus. Ich wär jetzt hier hingefahren. Nein! Sieht das Blatt voll aus. Oh, gut. Ja, nee, Jimmy, warte, ich hab mein Outfit gefunden. Was sagste? Sieht gut aus, oder? Oh Gott, die hab ich heute schon gesehen. Alter, ich hab dafür gerade mal 20.000 ausgegeben. Ja, das ist so lächerlich. Ich hab ja kein Geld mehr. Nein. Gibst du uns das nicht an. Ich fahr übrigens gerade zum anderen Suburban, weil er geschlossen hat, weil ich schon eine Rolle eingefahren bin. Boah, was hailst du denn von Valentinstagabend Dandy? Achso, was nehmen wir jetzt von Hipster Pop-Up? Ja, lass Pop-Up nehmen, das ist so dumm, das... Ja, komm, das kaufen wir jetzt, okay? Okay. Gut. Äh... Müssen wir eh da runter? Hä, nee. Ja, das war doch nicht. Alter. Bist du, willst du, fuck you, Morwing? Wow. Ey, da wär ein Bus gewesen, Alter. Wir könnten natürlich auch mit dem Bus auf dem Chilliard fahren. Nö, das wär... Boah! Lass das mal... Lass das mal mal irgendwann machen. Wo halt Bergmann und Max wandern gehen... Alter, wir müssen im Weeps-Ring mal noch ein Fuggio-Tuning spendieren, Alter. Was war das? Wir sind die... Der Club der geheimen Roller-Tuner. Was machst du denn? Hier, der übelst coole Drifter. Alter... Alter... Und was macht Jimmy noch? Alter... Alter... Der andere Petner wollte ich nicht. Was ist denn hier mal los, Mann? Ey, hier ist der Rot, ihr könnt nicht einfach vorher ruck und über die Apfel... Ja, das ist mir ehrlich gesagt egal, ich hab... Fuck you! Alter, ich hab hier voll die männliche Hupe. Und weil ich hab da überhaupt keiner den Gens ausgerüstet... Du hast bestimmt keinen Schuss, ich hab da... Wenn du willst den Reifen zerstisch, dann bring ich dich um... Okay... Wieso hab ich einen Sch... Ich hab einen Stern... Ich hab einen Stern... Ich schieße, du hast... KAUS, PASSAUUUUUUUUUUUUUUUUUUTU Ja, eigentlich hier unten lang. Ich bin halt aber überlegen, ob wir vielleicht da oben langfahren wollen und zusammen den Sonnenuntergang anschauen. Das ist zwar der Sonnenaufgang, aber das ist mir egal. Ja, Spaß. Okay. Okay, gut. Ich komm nicht auf. Ich schieb dich an. Meine Lichter sind schon kaputt. Rücklichter am Arsch. Ja, wo auch sonst. Was fährst du denn da zusammen, ey? Warte, du kommst überhaupt nicht von davon. So, gehust du mir fast in Auto. Das ist zwar irgendwo geplant. Sagt Reeves, wer hat fast dein Auto? Ne, mag ich nicht. Du bist aber logisch. Oh mein Gott. Alter, wir sind halt die öse Fuggio-Crew. Was? Wir haben versucht uns halt scheiß Roller im Auto zu rammen. Alter. Ähm, heute? Ja, was machst du da hinten? Wieso? Ach, stimmt. Du hast ja einen... Feuerwerk! Oh, warte mal, Alter. Ich hab gerade die übelst gute Idee. Ich mach jetzt den Stunt des Jahrtausends. Hui! Lol. Okay, das hat nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Boah, Ghost. Jo. Pass auf, pass auf. Jetzt möchte ich übelst sein. Pass auf, pass auf. Ja, das hab ich auch gedacht. Hat ungefähr genauso gut funktioniert. Jetzt kommt der Stunt. Achso, naja, versteh schon. Eddie, die Igel. Hallo, guys. This is Reeves. Welcome to Checkers. Alles klar. Deswegen warte ich auch mit nach Verkreuzung. Junge. Was ist denn los mit dir? Alter, diese Ficker drehen um. Hallo. 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 Ja, als ob die mich noch nicht gesehen haben. Oh, fuck, 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 sie haben mich gesehen. Was? Alter, ich hab gerade mein Fahrlungslevel entfernt und jetzt hab ich einen Stern mehr. Wieso? 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 Der ist aber ausgestiegen und hat dir ins Gesicht gewollt, alles mit der Schmerz, Alter. Fuck. Wo ist die Schmerz, Alter? Oh, oh. Können wir nur mal abschauen? Fuck, IO, Alter. Das neue Spiel neben Agar, IO. was? Ich liebe es. Es fühlt sich gut. Es ist das, was wir leben, leben. Ja. Es ist das, was wir leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bucht den Hitlergruß? Ja, wahrscheinlich. Wie lang sollt er denn hier auf jetzt? Guck mal, so ist gut, so ist gut, ja. Ich habe einen Blutvergleich auf der Brust. So gut? Boah. Ich war schon wieder hinter. Schau mal her. Joa, dat is okay. Jetzt brauchen wir halt nur noch Reeps hier oben, ne? Ja gut. Sollen wir hier mal mit dem Heli abholen? Oh fuck. Oder wir machen bei dir nochmal was von einem anderen Winkel. Irgendwie, keine Ahnung, dass wir uns da unten irgendwo hinstellen oder so. Was? Ich glaub... Ich glaub... Ähm... Ja wie jetzt? Wie jetzt? Ich glaub die Fangmuskel kaputt. Wie jetzt? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass beides kaputt ist hier aber... Ich hab keinen Fallschirm einsammeln können, weil ich eh schon einen habe. Ich hab keinen Fallschirm einsammeln können, weil ich eh schon einen habe. Soll ich jetzt hier weg springen? Ja, sollst du dann instant den Fallschirm öffnen. Äh, deine Richtung mehr, oder? Ja. Boah, ist das nicht hübsch. Du blöde Mist gewollt ohne Witz. Du blöde Mist gewollt ohne Witz. Du blöde Mist gewollt. Du blöde Mist gewollt. Du blöde Mist gewollt. Wie kann man die denn eigentlich wegschießen? Du blöde Mist gewollt. Habe ich denn hier überhaupt... Hier sind wir! Ich... 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 Du bist da mit einer Leuchtpistole. Alter! Alter! Das ist gerade nicht wirklich passiert. Schemi, du bist da. Du bist geboren. Ja, meine lieben Freunde. Das war es wohl wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr eine Bewertung da lassen. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was dieses Random Ende sollte. Ja, hier. Ich bin hier random aufgebaut in irgendwo. Und ähm... Ich habe jetzt einfach diese GTA-Aufnahme geschnitten. Und ballert es jetzt heute einfach mal raus. Und ich hoffe, dass ich es morgen schaffe, dann wie gewohnt ARC zu bringen. Wie gesagt, Internet ist krass langsam. Ich bin jetzt mal gespannt, wie lange das zum Hochladen dauert. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich mal irgendwie öfter sowas wie eine Endcard mache. Könnt ihr auch mal sagen, was ihr davon haltet. Ähm... Ich fand das halt nur ganz nett, wenn man so... Ja... Random geschnittene Videos halt macht, die im Endeffekt so eine Art Mitschnitt sind. Und nicht an- und abmoderiert werden. Dann ist so eine Endcard eigentlich ganz nett. Und auch für die. Okay. Also, dann haut da ran. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.